Herzlich willkommen zurück hier bei unserer Sondersendung nach den tödlichen Schüssen in Halle. Und inzwischen kommen immer mehr Informationen über den mutmaßlichen Täter ans Licht. Dabei soll es sich um einen Rechtsradikalen namens Stefan B. handeln. Dieses Foto ist aus einem Internetstream. Ja und dort hatte der mutmaßliche Angreifer seine Tat offenbar live ins Netz gestellt. In dem Video nimmt er Bezug auf den rechtsradikalen Attentäter von Christchurch in Neuseeland. Bei Stefan B. soll es sich um einen Holocaust-Leugner handeln. Und er kommt aus Eisleben. Und nach den tödlichen Schüssen gibt es aber auch inzwischen eine Entwarnung durch die Polizei. Sie hat die Warnung vor einer akuten Gefährdungslage für die Bevölkerung aufgehoben. Sie können wieder auf die Straße. Die Warnungen sind aufgehoben, twitterte die Polizei vor kurzem. Die Gefährdungslage werde also nicht mehr als akut eingestuft. Ja und zuvor hatten bei Angriffen eben schwer bewaffnete Täter oder eben ein Täter vor einer Synagoge und in einem Döner-Invest zwei Menschen erschossen. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlung an sich wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, ist aber derzeit noch nicht offiziell bestätigt. Ein schwer bewaffneter Mann in Tarnkleidung mit Sturmhaube und Helmer öffnet mitten in Halle das Feuer, schießt immer wieder. Das Ziel die Synagoge. Heute an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, sind darin rund 80 Gläubige versammelt. Der Täter versucht offenbar gewaltsam in das Gebäude einzudringen, legt einen selbstgebauten Sprengsatz ab. Laut Zeugen fliegen granatenähnliche Gegenstände auf den jüdischen Friedhof und einen Döner-Imbiss. Aus automatischen Waffen fallen Schüsse auf der Straße. Mindestens zwei Menschen sterben. Ich hab's ja gesehen. Wie der angelegt hat, die Maschine wäre auch interessant. Mädchen, sagen Sie, was können Sie, was haben Sie da? Also ich tippe das. Also das war Mädchen. Die wurden, glaube ich, auch hier in einem Tag. Das ist auch vorne. Der Täter flüchtet womöglich nicht alleine. Einen Verdächtigen kann die Polizei fassen. Die Polizei hat dann im Laufe der Suchmaßnahmen ein Fahrzeug aufnehmen können und hat dann außerhalb von Halle dieses Fahrzeug gestellt und auch ein Tatverdächtchen festgenommen. Zunächst kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Täter auf der Flucht sind. Die Polizei fordert daher die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Das gesamte Viertel wird weiträumig abgesperrt. Wir werden hier beten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, verschlossen zu halten und im Haus zu bleiben. Kurz nach der Attacke in Halle fallen wieder Schüsse. 15 Kilometer entfernt in Landsberg. Über Opfer wird nichts bekannt. Ein Mann wird festgenommen. In Halle spricht die Stadt von einer Amoklage, beruft einen Krisenstab ein. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Und Marie Pschibilla ist für uns in Halle an einem der Tatorte in der Nähe der Synagoge in Halle an der Saale. Marie, die Polizei nimmt also die Warnung vor einer akuten Gefährdungslage inzwischen zurück. Heißt das, sie geht von einem Einzeltäter inzwischen aus? Naja, wir können das so zumindest interpretieren, dass sie eben nicht mehr davon ausgehen, dass noch ein bewaffneter Täter draußen frei herumläuft. Das schließe ich jetzt einfach mal darauf, weil sonst würde man normalerweise so eine Gefahrenlage nicht wieder aufheben. Denn man hat das eben nicht nur für die Stadt Halle, sondern auch generell jetzt für den ganzen Saale-Kreis ringsherum aufgehoben. Und so langsam, ja zumindest rollt hier auch der Zugverkehr wieder, denn hier war ja wirklich alles komplett zum Erliegen gekommen. Und auch jetzt, man sieht das ja auch hinter mir, also wir haben wirklich rings um uns herum immer noch Blaulicht an allen Ecken und Enden. Denn die ganzen Zufahrtsstraßen hier, die waren eben auch hermetisch abgeriegelt. Und alle Straßen, die eben noch befahrbar sind, die sind eben massiv auch natürlich vom Stau betroffen gewesen. Dementsprechend viele Leute, auch die vor den Häusern gewartet haben, nicht wussten, wie sie jetzt überhaupt nach Hause kommen sollten. Eigentlich durften sie ja auch gar nicht auf der Straße sein. So war ja die Gefährdungslage. Aber deswegen, man sieht das eben auch hinter mir, dass jetzt hier wieder so viel Bewegung ist. Also das ist hier zumindest, auch wenn der Tatort an sich, also die Synagoge, immer noch abgeriegelt ist. Und da kommen auch wir als Pressevertreter nicht an, nicht ran. Man sagt uns da auch nichts, aber zumindest eben alles ringsherum baut man hier so allmählich zurück. Weitere Informationen liegen dir vor bezüglich des mutmaßlichen Täters? Ja, das ist auch bislang wenig, was man hört. Also ich habe gerade auch nochmal mit der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe gesprochen. Man könnte ja hoffen, dass es heute noch eine Pressekonferenz gibt zu diesem Thema, um dann letztendlich wirklich die Bevölkerung nochmal zu beruhigen. Aktuell, Stand jetzt, ist das wohl nicht geplant. Aber da fragen wir natürlich weiter auch nochmal nach. Die einzigen Informationen, die jetzt so durchdringen, die kommen auch nicht jetzt hier von uns vor Ort von der Polizei bestätigt. Denn die dürfen ja auch nichts mehr sagen, sondern das sind jetzt Berichte. Der Spiegel hat das eben berichtet, dass in Ermittlern mittlerweile ein Video vorliegt, wo eben dieser Einzeltäter offenbar seine beiden Taten, also sowohl an der Synagoge als auch am Dönerimbiss, dass beides gefilmt haben soll und sich da eben sowohl ausländerfeindlich als auch antisemitisch geäußert hat. Und insofern geht man davon aus, offenbar die Behörden, das schreibt zumindest der Spiegel, dass es sich dabei um einen Einzeltäter handeln soll, einen 27-jährigen Mann, einen Deutschen. Und der soll eben auch aus Sachsen-Anhalt stammen. Vielen Dank, Herr Marie, für den Augenblick. Wir bleiben in Halle an der Saal.